Derzeit ist viel die Rede von der Inflation. Was sich dahinter verbirgt und warum eine hohe Inflationsrate dazu führt, dass die Leitzinsen steigen, das erkläre ich euch in diesem Video. Ich bin Kai, herzlich willkommen im Baufielab. Was ihr vermutlich schon wisst, mit einer steigenden Inflation wird euer Geld weniger wert. Also anders ausgedrückt, eine steigende Inflation bedeutet auch die Preise steigen. Es wird also alles teurer. Aber wie misst man denn jetzt so eine Inflation? Und das ist im Prinzip ganz einfach. Ihr könnt euch das so vorstellen, dass man dazu einen Preisindex ermittelt, indem man einen gedanklichen Warenkorb mit ausgewählten Produkten und Gütern füllt. Und dann wird geguckt, was kostet dieser Warenkorb. Und das wird dann damit verglichen, was dieser gleiche Warenkorb letztes Jahr gekostet hätte. Und dann wird geguckt, wie viel teurer ist das Ganze geworden. Und das ist die sogenannte Inflationsrate. Natürlich kann es auch sein, dass der Warenkorb heute günstiger ist als letztes Jahr. Dann hätten wir keine Inflation, dann hätten wir eine sogenannte Deflation. So, aber was hat jetzt eine hohe Inflation mit steigenden Zinsen zu tun? Und um die Frage uns zu beantworten, müssen wir uns erstmal überlegen, wie es denn überhaupt zu einer Inflation kommt. Und ein Grund für eine hohe Inflation ist, dass zu viel Geld im Umlauf ist. Und je mehr Geld im Umlauf ist, desto weniger ist das Geld wert. Das erinnert mich jetzt gerade just in dem Augenblick auch an den neuen Batman-Film. Ich weiß nicht, wer von euch schon im Kino war. Super Film auf jeden Fall. Und Gegenspieler von Padman ist ja da der Riddler. Und ein Rätsel war gewesen, also von Riddler an Batman. Ich glaube, es hieß, je mehr man davon hat, desto weniger ist der einzelne Wert. Und die Antwort darauf war, der Freund. Je mehr Freunde man hat, desto weniger ist der einzelne Freund wert. Und bei der Inflation ist es im Prinzip ganz genauso. Je mehr Geld im Umlauf ist, desto weniger ist der einzelne Euro wert. So, und jetzt haben wir natürlich, oder die Zentralbank bei uns, die hat die Aufgabe, unsere Währung stabil zu halten. Und wenn wir eine hohe Inflationsrate haben, dann haben wir keine stabile Währung. Also ist die Zentralbank gezwungen zu agieren. Und da gibt es ein ganz direktes Instrument, um gegen eine hohe Inflation zu steuern. Und das ist eben die Erhöhung des Leitzinses. Und der Gedanke dabei ist, dass durch die steigenden Zinsen auch die Kredite teurer werden und somit natürlich die Menschen und Unternehmen weniger gewillt sind, Kredite aufzunehmen. Weil ein Kredit bedeutet ja, ich nehme Geld auf, um dieses dann wiederum in den Umlauf zu bringen. Und das würde dadurch ausgebremst werden. Dann haben wir den zweiten Effekt. Das sind natürlich die Spare an der Stelle. Also ein hoher Zins bedeutet ja auch, dass es für mich attraktiver ist, Geld zu sparen. Und wenn ich Geld spare, dann nehme ich das auch wiederum aus dem Umlauf raus. Und dann habe ich zwei Effekte letztendlich, um letztendlich das im Umlauf befindliche Kapital zu reduzieren. Und dadurch kann man eben gegen diese Inflation steuern. Warum ist das so? Auch ganz klar, weniger Geld im Umlauf bedeutet, die Nachfrage sinkt. Wenn die Nachfrage sinkt, dann sinken somit auch die Preise. Wie immer ist die Praxis deutlich komplexer und nicht ganz so einfach wie hier unsere Theorie. Ich hoffe euch trotzdem, dass ich euch das Grundkonzept von der Inflation und von der Zinspolitik hiermit vielleicht ein Stück weit näher bringen konnte. Und worüber ich mich natürlich auch sehr freue, ist über ein Abo auf meinem Kanal. Damit unterstützt ihr mich und natürlich auch meinen Kanal garantiert. Also damit auch, dass es weiterhin zukünftig tolle Videos zum Thema Baufinanzierung und Zinsentwicklung geben wird. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal. Bis dahin. Macht's gut.